Stellt sich aber natürlich die Frage, was kostet das denn mit dieser Maschine Rohre zu verlegen? Also die Verlegung von so einem Rohr ist bei weitem günstiger wie die herkömmliche Art, weil natürlich hier der Geschwindigkeitsvorteil überwiegt. Man hat natürlich einen täglichen Output bis zu vier Kilometer, den man auf einmal verlegen kann.